Hallo und Willkommen zur SICK-Minute. Verwenden Sie SICK-Inspektor zur Labelkontrolle in Ihrer Produktion. Scharfstellen des Bildes über die Fokusverstellung. So scharf genug. Jetzt das Referenzobjekt festlegen und den Objektfinder im Referenzbild in seiner Größe auf das Label einstellen. Die Suchmethode stellen wir noch auf Stabil und Genau. Zur Kontrolle des zweiten Labels nutzen wir den Kantenpixelzähler und stellen die Anzahl der Kantenpixel ein. Fertig. Nun der anschließende Test. Wenn die Label fehlen, dann sind keine grünen Prüfmerkmale sichtbar. Es wird nicht OK ausgegeben. Sind die Label vorhanden, dann sind die Prüfmerkmale grün. Es wird alles OK ausgegeben. Stabil und die Schleischweige klug. Es wird alles aufgeliefert. Und wenn die Lange im Umge oder so gut drin sind, dann werden Sie die Lange aufgelöstert werden. Wenn die Lange aufgelöst wird, dann können Sie die Lange alle sechsmitter Lange verboten. En die Lange bei der Öl wird eine Falsche bis hinzukehren. Lange muss das Lange aufgelöst sein. Vielen Dank.